oh das wäre bestimmt ein schöner header gewesen also war natürlich das ist ein deutscher ja klar natürlich nein der andere tipp aber noch ein deutschmachiger kann der fly ist der heißen die fly sind die fly sind plus noch der hyperbeast ein hyperbeast ist auch ein also ich kann ja kein skin der freddie boy heißt ja gut vielleicht er nicht als er nicht ferdie boy vielleicht hat er auch noch keine skins gezogen so das ferdie boy ziemlich ruhig hier hinten auch oder ich wollte mich noch kicken das habe ich nicht gemacht was von pink habe ich denn 40 doll ein paar zu viele bei uns drei vier fünf alle alle da hat so ich gehe mich hin und sehen nur noch wie viele fleute vorgestehen leuten sind die alle hin waren gerade alle noch alle bombe ist an der kräfte ok einer beim zug bombe ist an der kräfte hallo 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 mitrax hallo mitrax hallo mitrax hallo mitrax ich bin nicht so gut wow 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 seriously hast du ihn gerade gemessen? ja wow du hat er einen ice geklaut? nein mein knife kill oh mein go oh mein gosh wir haben uns immer einen dreier anhandel wow was ist ein knife kill? mann pass kalt ich war nur ein knife ich war nur ein hit wenn er mich schlitten dann bin ich tot also nicht schrauben du bist dann ich war defensiv ich war defensiv ich war defensiv ich war defensiv bin ich alleine auf B ich weiß nicht unser Wenn um wann das geht ich kommt zu dir wow f**k du bist ja es ist B nice das ist unser Wenn das ist es sind alle auf B. Danke an unseren Random, der nicht auf seinen Positionen bleibt. Und jetzt habe ich vermutet, dass ich auf meine eigene Position gehe. Oh mein Gott, ich bin der Preis. WTF? WTF? Der End wird knillig. Ich finde das auch manchmal auf die gleiche Corporal ist wie auf mein Name. Wie der gerade seine Waffen anschaut. Hier ist neu, habe ich von Wolfi. Nice. Nee, der MP7 Amor kommt. Das ist meine. Der Random hat seine beide Waffen weggebracht. Egal. Was hat er? Hat er... Rando gar seine sinnvolle USPS geschockt? Nichts gegen viele Sachen, aber... Muss man sie ja nicht unbedingt mal schauen. Das ist ein Knife. Please, please stay B. Kind of dangerous to go alone B. It's dangerous to go alone. It's B! I guess it's B. Oh... Why do we guess? Hast du nur... Ach... Kann, hast du noch ein ganzes HP? Achso, oh fuck! Ich bin halb tot! Was sagt mir das keiner? Ein HP! Ich bin ja halb tot! Was sagt mir das keine, dass ich tot bin? Weil du selber dein Interface hast! Habt ihr doch noch gesagt? Oh... Du hast ja gesagt, das ist B. Mehr hab ich auch nicht gesagt. Halt, Moment. Das bist du. Ich hab dir extra noch gesagt. Ich hab auch nur auf 3 HP! Nein! Die hatte ich selber mal. Die ist sehr groß. Mit einer weh überlebt! Ich würd gern ein paar Köpflas anschießen. Butterfly und Butterfly. Schnell und Fly! Wer ist Fly? Wer ist Fly? Bei Galil hab ich von Butterfly is Fly und die Deagle von Ferdify is Fly. Denkri, du hast mich die letzte Runde schon angeschossen! Ja, dumm ist auch! Genau so. Habe ich gar nicht! Warum geht der denn jetzt wieder... Um Mate, why? Noch irgendjemanden, der hier mal... Konstant spielt. Halt! Halt! Fashbank! Incendiary! Halt! 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 Okay, wird wahrscheinlich diesmal an. Grenade out! Halt! 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 I want to destroy n gibt... Halt! Ich koop! Was soll das eigentlich in irgendeinem Grad anders aus? Was für war das? Ich glaub da... One is upper I think? Weiß nicht. Seht ja die Bombe noch. Aber hab ich einen getötet. Der wollte hochklappen. Der ist noch mal einer glaub ich. Okay. Der ist immer noch da. Ich hab das langsames. Einer Spot. A oder B. Spot 1, A. Sehr klar. Was war das? Plan A, Plan A. Oh, er ist benötet. Oh, hab ich ziemlich angehittet. Das ist... Nehmt nur noch einer. Down. Nice. Defuse. Du hast einen Kit? Ja. Okay. Oh, das ist nice. Ich bin fast, man. Defuse. Dragon King. Das ist cool aus. Dragon King. Kann jemand was? Auch jemand was? Wo geht der jetzt hin? Ich bin so weit, danke. Kannst du bitte sagen, wo du gehst? So wir können sie fühlen. RGP. 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 Eho. Die Leiter wollte die nicht. Okay, ich muss die Smokern lassen. Wie einfach? Smoke! Eine lang. Bum. Da kommt rein. Bum. Du kannst die Unkarteilung. Bum. In die Nähe. Bum. 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 immer noch eine hier oben, ich renn hier auch ein bisschen rum ja, das ist so, dass wir von hinten kommen einer war, ey, ja, das ist so ich habe einen random Schritt seines Lebens gefressen, weil ich mit oben geht's geht hab Veteran der Train-Karte, das auf nem Snurf, alter oh, jetzt hab ich ne schöne K47-Boot Leute, gewinnen sie 100 Runden auf Train, ja? ich hab mit diesem Account nicht einmal Casual gespielt wie viel Casual hast du mit dem gespielt sein gekriegt? gar nicht ich habe noch 100%ig, achso, ah, stimmt, es zählen ja Runden pro pro, also es zählen ja Runden, Runden und nicht Runden, Matches nicht Matchmaking, nein, nein, das wär krass 100 Matchmaking-Katz, alter ich hab hier so ne geile Effekte A on spot, A on spot, two at least ja, gut einer war lang noch there is at least one more und one long Mates are coming einer plantet, einer plantet einer ist oben links hinter dir senken hin leid da war? da ist noch einer ich weiss nein, waren die zwitschern und Vögel innen gehen? ja ja lol sie sagen mir heute, als ob sie einfach neben mir wären da ist sogar ein wui, Dragon King ist das so für mich? 90, nein, will ich auch nicht ah, ich hab meine Granaten wieder zusammen da sind Vögel wieder, die hier immer sind da weiß ich, guck mal aber ich weiß nicht, wo ich mich hier hinstelle mit ner aber, aber ich tu es aber stellst du dich am besten entweder zum Main-Sided hin oder B oben? hey, jetzt ist die Frage A, da geht wieder B ich glaub der wechselt jetzt immer, von A zu B, zu A zu B du bist kranker schlechte Taktik, du hattest beide Spots, so das hab ich noch nichts gehört 1A-Spot einer ist lang warte, wenn der so völlig passiv ist und full flash nämlich A oben lang, äh, oben lol, wie ist der durchgekommen? ich weiß es nicht, ich hab gesagt einer A-Spot, aber ich wusste nicht wo der war wahrscheinlich poppt doch ja, 90 und 1, da sind 2 3 der ist schon mal nach B 3 sind lang komm dann wow alter ha, der Flick bin ich grad erschrocken kleines Wetter, kleines Wetter glaub dass der noch 10 AP hatte oh Gott ja kannst du auch einen Spot, gell? alter weh wegen der Free Fire, dann ist das irgendein Geld kann ich mich jetzt irgendwo mal hinstehen, ohne sofort zu sterben? nein will die mal den AK? ja nö ah ich hab sowieso grad wenig Geld, ich hab nur 5000 oh die waren drop, ich hatte grad 16.000 nö da ist ne nächste Wetter oder ein hey, er stellt sich mal gut eo, du machst die lang, ich ups, die war zu hoch nö fuck ich hab mir selbst geschmackt shit natürlich kick der mich, der hat schon angekommen NEIN fuck 2 upper 2 B 1 ist coming down green B hier war auf jeden Fall noch einer, ey ja, B oben B und unten B mmm Pre-Fire ein P90 ey einer A kommt hinten rum über CT ich hab 3 people in B hab ich kurz gesehen und dann hat er angefangen zu schießen und dann ist kurz zurückgegangen und Zenker hat schon geschossen wie viel hab ich den denn bitte gegeben, alter 74 sind 3 aber dann ist er nochmal kurz zu gut gegangen und Zenker hat schon geschossen ab Ich würd' jetzt den WAP nehmen, aber da wollen wir ECO'n. Ja, keine Ahnung. Du? Danke. Danke, du. Einfach die Belurung, was man lassen kann, den Schaden macht. Richtig. We are good to go. Boah, nichts anderes. Aber sie haben jetzt ihren Loser-Bundersatz. Blayin' down smoke! Throwing smoke! Oh shit, grün eigentlich. Einer A-Spot, einer A-Spot. Smoke! Ja. Ach shit. Einer hier hinten bei mir. Bombe ist Main drin in 20 Minus. Ich krieg nichts in. Ich spiel gleich unten. Ja, und die letzte Runde echt versucht, da zu bessern. Haha, das war echt traurig. Ach ja, sorry, wir haben nicht gefragt, ob du mitspielen möchtest. Wir haben einfach so ister Start. Bei mir ist die Bombe gerade grün. Wer hat hier ein Sound-Paket tun? Wo hat jemand ein Sound-Paket dran? Fahne Augen, hört sich an, als wir es gerade ein Sound-Paket tun. Sorry. War standard sonst. Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan. Eko? Mhm. Ja, Mist. Ja. Ah, gute Eko. Ja, ich kauf ne Pinsel. Let's go, let's go. Sorry, 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 sorry. Pass, pass, pass. Es spielt defensiv. Wenn du da jetzt durchläuft, ist er echt behindert. Schön. Lol. Ja, natürlich, da kommt einer. Natürlich. Lol. Sniper B. Einer ist CT. Also Tunnels Richtung CT. Ach so, dann muss ich auch weiter unten ziehen, okay? Player behinder. Promptown Dropper. Nice. Last one ist Upper Dropper. Grenade out. Wir rennen. Leiter? Geht er runter oder hoch? Er ist hochgekommen. Sicher? Er war Abboard Dropper. Du hast A, du hast A. Du siehst so an, als wäre er hochgekommen. Ne, ne, der geht auch. Wir haben auch Spotlaufen hören. Und dann... Du hörl, scheiße. Jetzt was kloppen den Leiter nochmal? Nein. Okay. Das war die Leiter von der Maid wahrscheinlich. Ah. Nein. Der ist mit Katter hochgegangen. Die bin der Katter? Ja, guck mal. Oh, okay. Welche? Ach. Kannst du mir den M4 gehen? M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Nur gut, dass es nicht heißen muss, also... Ja. Shit, die war wieder zu hoch. Da ist einer. Genau, in dem Moment, wo ich rauch... Na ja, Auftrag. Ja, die das fest tackern immer. Auf jeden Fall noch einer. Ja. Zumindest einer noch Leiter. Okay. Hm. Tunnels. Okay, grün schaut schon. Ankreuz auf mir. Bier was? Was ist denn? Bomby. Du siehst da oben nix mehr, oder? Oben, ne. Oben ist's clear gerade. Ich hab'n Leiter gehört. Achso, das war er. Ja, das ist das gehört, Connector. Ja. He's going back on A. Nice. Nice. Hm. Wo ist denn? Steffi ein Böhr. Böhr. Der geile Böhr. Voll der geile Böhr. Böhr, du. Ist voll der Böhr, ne? Böhr. Dann hast du grad echt Böhrner gesagt. Nein. Kein Böhrner. Verhört. Okay. Das war nicht so der Böhrner, hab' ich gehört. Natürlich bin ich voll fläh. Kann, äh, nicht kann, zink. Da ist was. Ach. Fuck. Da sind drei, by the way. Ja. Einer Main, einer On-Spot und einer lang. Ich hab' den keinen nicht gegeben. Das sind B. Was? Ich zeig' den mal. Also zwei sind B. Oh! Was sind die anderen zwei? Hey. Das war auch mein Gedanke grade. Filter. Eins fünff. Eins fünff. Sonst mach' ich gleich, wenn ich tot bin. Hm. Wer hat mir da grad ne Pro 90 zugeworfen? Unser RANDOM. Da bin ich ne Nova. Ich forsch' mal ein bisschen, ne? Unser RANDOM hat mir ne Pro 90 gegeben. Cooler Typ, so. Da bin ich raus. Nice. Da war ja noch einer hinter mir schon. Oh Gott. Wo ist der? Ja, einer Popdog. Äh, Popdog-Tourneet-B. Wo geht der hin? War der? Da nirgends. Weiß ich nicht. Da ist der hier. Anspot. Ja, nice. Was ist der? Ja, einer Popdog. Äh, Popdog-Tourneet-B. Ka-dön. Jo, was willst du haben? Bin der Gav. Ja, wohl schon. Was? Was? Ich will auch was. Ich hab' gegänzt. Okay. Bitte. Two Rounds to go. Why are you on? Okay. Lock and load. Eko ne Runde, ne? Ich hab' mir meine Pro 90 gegönnt. Aus Pro 90 OP. Hups. Mach' die selben Takte irgendwie gerade. Oh, ne. Ich mach's nicht. Er steppt was. Da sind zwei Leute dran. Ja, Kars. Na, natürlich. Hinter der Smoke von der Maid versteckt. Der Bomber ist in der Back. In der Back. Wissen von wo der kommt. Aber sein Profil ist natürlich... Oh, das Popdog. Oh, nice. Oh, ne letzte läuft da. Ja, das sieht sich weh. Mein Profil steht natürlich nichts. Und ich möchte wissen von wo der kommt. Nimm, 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 nimm. Ganz so random. Ich bin Lila. Okay, ja, nein. Ich dachte, weil... Der Typ hat Richtung Popdog geschaut. Mit einmal stand der Karte. Hat ein Kill gemacht und dann so. Okay. Ne, der hat ein Connector rausgeholt. Da. Mal hängen bleiben. Hart. Da kommt einer raus. Loll. Kacke Bombe. Nice. Der ist über mir. Nicht über mir. Der ist grad Popdog runter. Na du. Der ist Popdog runter. Und wieder hoch. Wollen wir einen Knifekill machen? Ja, schon dafür. Oh, da ist er. Er kommt grad. Wo ist er? Na, er ist zu kurz gegangen. Er ist die... Der Nangang. Ah, da hinten. Wenn mein Auge juckt. Ach, du bist da. Ja. Mal rechts, wenn wir von hinten abdecken, würd ich sagen. Ach, deswegen ist es nicht so tief. Ich hab die Treppe vergessen. Ist die Sau. Ist die Tier, oder? Ja. Ist fein drauf. Ja. Ja. Hat der gerade auch einen Knife-Rund versucht? Gerade. Ja. Gut gespielt. Ja. Ja, dass das die Möglichkeit besteht, dass ich sie machen. Hallo und alle. Jo. Jo. Internet-Eier. Internet-Eier des Todes. Oh, das ist ein Deutsche. Gut zu wissen. Alter Fein, kann man sagen. Armer Quetz. Ich block die mal gleich. Ich hab keinen Bock auf die später. Mach ich bei mir. Schaut. Bin folter sicher. Äh, B-Rush. Quick Hard. Geht doch mal zu ihr. Geht doch mal an. Ja. Guck mal. Ah, dacht. Das ist nicht. Da war einer hinter sich. Da war einer hinter sich. Einer ist unter... äh, hinter hinter sich. Genau. Und Blinding on B. Einer oben! Wo ist der letzte Bitte? Lassen wir! Den holen wir doch endlich! Nein, diesen Knife-Kill wollte ich haben, dieses Game. Ja, aber das war einfach Ace gewesen. Echt? Weißt du, es gibt alles... Wir haben alle Dinge, Momente im Leben, die wir hassen, ja? Das ist deiner! So habe ich mich letzte Runde gefühlt, als der Typ mir einfach meinen Knife-Kill geklaut hat. Jetzt hast du mir mit deinem Knife-Kill meinen Ace geklaut. Aber bei der ist so eine Pistol-Route. Stimmt. Nochmal B? Äh, B noch allein. Du, ich liebe die Glocken, das ist derzeit. Ich kann richtig gut hier umgehen, deswegen ist es kein Problem, da mit Glocken zu gehen. Beide Zeit. Konzentrieren. Ich glaube, man weiß gar nicht. Du hast eine USB nicht schallgedämpft. Nein. Danke. Achso, du machst schon Pop-Dog, okay. Activating the Bomb. Stand up, watch. Just tap mit dem. Noo! Pop-Dog! Einer ist Half-Life. One Half-Life. Two Pop-Dog. Half-Life 3. Tieferkarten. Stimmt. Oh Gott. Ich dachte, der ist nach oben und springt dann runter. Stimmt. 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 Stimmt's. Gladen, ich nehm' dich mit. Äh... Okay. Goalong. Nimm' dich mit! Hä? Doch nicht. Okay. Oh-leil! Der Tal und sich Nova, 30 HP. '. Right Side Nova. Rechtsseite. Wo's' der denn? Dat' einen 2! Jeff! 1 main, 1 spot, E.O. links Ja, Noticed Fuck! Ich war letzter? Ja, siehst du Wann? Wann ist das passiert? Ja, keine Ahnung, gerade einfach eine Nova Sagen wir A, können die gut halten Okay Der hat meine Galil Wer hat ja schon die AWP? Ich, hi Echorosh A, B Ragnine reicht Ja, Ragnine Kevlar Ja doch, Ragnine Kevlar Befürcht die Kevlar Ragnine Kevlar Ragnine Kevlar Ragnine Kevlar Ja Ruf Ragnine Kevlar Ragnine Kevlar Leute, die einfach an mir vorbei laufen Framing bricht da ein Framing bricht da ein Das hat sich aber auszupackt Ragnine Kevlar Ragnine Kevlar Bagnine Kevlar Was? Schwer Ich kann mit Shotguns umgehen Accepted da oben ist einer ich bin erschrocken jetzt beruhigen wir uns ganz kurz jetzt bitte das vorgehen das ist 4k okay war denn die avi hat gewechselt ich sag doch das ist 4k das sieht schön aus match point match punkte 4k wortlos ich so kurs ist nicht verstanden Wir gehen für Picks und dann entscheiden wir, wo wir gehen. Okay. Ich verstehe. Von einer AK mit vier Penta-Stickern getauscht gegen eine AK mit vier NIP-Stickern, die ich gerade mal habe. Hast du eine Flash in Main? Ah fuck, nicht schnell genug gekillt. Heizig. LOL. Toplog ist einer rein und mittlerer Train steht einer. Not today, boy. One is catwalk, one is catwalk. Oh mein Gott. Genau, wir haben ja einer, oder? Unten rechts. Tschüss. Ich denke, du lagst. Ja. Fuck. Prototalker, minus 60. Geh, Serben. Ähm. Hä? Was? Wer ist gerade nicht vor? Zwischen Switch. Aber ich würde nicht sagen, dass du gefränzt bist, aber du bist gefränzt. Dann enter wir das mal. Was hast du denn hinbekommen? Der ist nichts besser runter. Matchpoint. Und. Ich habe ein Deschervü. Pass auf hin. Oben ist wahrscheinlich eine Autosniper. Komm, wir gehen wieder alle weg. Double Flash, smoke, nade. No fucks wäre Riven. No fucks wäre Riven? Was? I want fuck Riven? Was? No fucks wäre Riven. No fucks wäre Riven. But nobody fucks Riven. I want to fuck Riven. What? Who is Riven? Oben. No. No. Ouch, 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 ouch. Äh. Kann ein... Er gibt nicht da? Sorry. Sorry. Da sind ein paar. Fuck ich hasse Schrägen. Ich kann mich nie abschätzen wie ich schießen muss. Nach oben. Aufm Kopf. Wow! Der ist hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ouh. Autsch. Die Unter-Terrorist-Win Ich dachte, er hat Pop-Lock gedeckt Okay, ähm... Two will go B-Upper And... Mix some noise The rest of us will go long Ich... I'm going B-Upper I'm two Ich geh long Let's go Kann du was Lila? Äh... Ja Ich hab bloß... 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 Weil ich hab eine... Nein, nein, warte, wir müssen warten, wir müssen warten, wir müssen Lärm machen Fuck, die Waffe... Das war das deine? Einer down Hinten steht einer Fuck Ich hab bloß an die Waffe Oben hinten ist einer Ah... Autos... Zu müssen Von der Seite! Fuck! Von hinten schon! Pop-Doc! Was denn? Und eine B-Upper Und dann sind doch Steps Ich hab doch direkt hintergehen sollen Ein bisschen Etwas tiefer Gut Nice Das ist aber nicht der, der mich getötet hat Das ist noch eine... Connector ist einer, Connector ist einer 2 Oh, Autotacker! 33 in 1 hat er Warte Warte Na? Na? Das geht Das geht Wow Surprise 18 Sekunden 18 Sekunden Da ist leider die Bombe nicht Wo ist die Snow? Wo ist die Snow? Ist die... Irgendwo Richtung B-Spot gewuff Ey, Lang-Niga-Water Matchpoint Ich hab'n Dejavel Äh... Denkri? Wo bist du? Oh, da Okay Ähm... Pardon, willst du mir ne Waffe kaufen? Pascal! Die liegt doch noch greifbar Sicher? Dein Hals ist auch greifbar Was machen wir eigentlich? Äh, Gott verbrechst Gewinn Das tut ihr Kommt einer mit lang? Dann schmeißen sie Bombe nämlich hierher Jaja Ja, geht nicht da an Drei Schlüsse Top Dog 1 Body Er geht nicht da an Warum belegt ihr euch? Vielleicht sollte... Irgendjemand holen Oh... Ich hab ne Scout halt Lord Das Timelock Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ob EU Autotucker Alle drei sind hinten bei der Autotucker Autotucker, Autotucker Wer ist Autos denn? WOAH! Waren sie eben Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein! Ich bin dazu headless rein. Echo 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 Ich bin dazu headless rein, aber sorry wir gehen auf die Bspot Hashtag Deja Vu ja just rush just rush no fucks for anything no fucks for anything no fucks for anything ja das ist klar no fucks for anything ja vielleicht 12 er kriegt loo joo fuck Arden vielleicht solltest du runter gehen aber da ist da einer wir gehen alle 87 wieso rushen wir nicht einfach einmal alle alle total einfach try rush a long fool das haben die mit uns auch gemacht und es hat ziemlich gut funktioniert wenn ich mich daran erinnere ja da ist ne autotag oder ne arwe da steht maximal einer und dann ist kurz ums na autotag stimmt vielleicht sogar mehr wie einer echt essen oh fuck ja natürlich shit das war jetzt kacke zuviel dazu i'm throwing a flashbang shit i'm throwing a flashbang danke genau das wollte ich auch genau das wollte ich auch er versteht mich der typ ja dann try it äh once den popdok organisiert i'll stay main and wait for you engage ja dann pump du flashbang ich will ihn nicht holen nein nein alles gut da stehen die autotagger der autotagger der autotagger wo dann im tunnel funktioniert reisen viv das kirsin ne er kuschelt nur ne wand da wird sie zwar anders hin w okay nach b ist aber noch einer hin den habe ich angeschossen gerade nicht hoch jetzt gehen wir ich meine er kurz war der letzte gut ich würde mal sagen jetzt werde ich noch sehen ganz viele sterne